Hallo und herzlich willkommen zu Spor! Hey, in der letzten Folge sind wir jetzt in der Stammensphase gelandet und unser Glubschi, unser Stammenphase, oder Stammenmeister, keine Ahnung, wie man die nennt. Ja, wir haben versucht irgendwie Freunde zu kriegen, irgendwie hat es nicht so geklappt. Wir können jetzt weiter Kreaturen kriegen. Umso mehr Essen wir einsammeln, umso besser. Guck mal, wie süß! Ein Baby! Ein Baby! Wo sind denn die anderen eigentlich? Kommt doch erstmal alle da hin. Ich will hier noch. Achso, das kostet... 25, ich habe erst 12. Okay. Das hat sich erledigt. Ich will hier raus. Das hat sich erledigt. Oh, kann ich noch ein... ein Baby noch kriegen? So. Guck mal, drei Babys haben wir schon mal. Ist das nicht süß? Alter! Greift an! Greift an! Der klaut hier euer Essen! Bleibs hier. Bleibs hier wieder... was geklaut wird. Oh, guck mal, der ist schon größer geworden. Hier, da kannst du schon gleich Nahrung aufsammeln. So. Loil, ist er umgefahren? Ist er gestorben? Ne, doch nicht. Loil. Käth ihn einfach. Oh, sind die jetzt alle groß? Sauber. Sauber. Ach, das kannst du gar nicht aufsammeln, ne? Ach, da kann ich jetzt nicht mehr. Dann gehe ich da aufsammeln. Und du sammelst hier weiter auf. Können wir jetzt was bauen? Oh ja, können wir. Also, was ist denn nicht das Problem? Das ist gut. Alter, was ist mit meiner Maus? Die klemmt sich hier rein. So, jetzt. Was kommt? Guck mal, alle faggeln. Na, ist doch voll geil. Sehr gut. So, was... Wo können wir denn noch... Hier. Bitte alle aufsammeln. Erstmal könnt ihr Ding hier... Der ist ein bisschen... So. Schön aufsammeln jetzt hier. Danach können wir dann da hin... Oh, guck mal, 4, 6. Wir haben 6, 6. Okay. Erstmal unser Essen da hinbringen. Und danach können wir dann die angreifen. Da sind sie ja. Guck mal, die fischen auch. Guck mal, da sind noch andere Enten. Angreifen würde ich schon ganz gerne, ne? Guck mal, der pennt da drin. Die Sau. Ist mir egal, so ein Docklauen. Ist mir egal. Alter, wie viele Viecher wir sind. Sehr gut. Sehr gut. Genau. Gesiegt die mal. Gesiegt die doch mal. Guck mal, los. Mit Glut. Sehr gut. Geht. Guck mal. Geht. Alles ausrotten hier. Alles ausrotten. Los! Jetzt hier. Mach das doch. Mach doch! Wilde Tiere, was? Tiere wollen dein Futter bestellen. Ja, sollen sie doch. Ist mir doch egal. Ich kann das mir doch sogar wieder beschaffen. Ich würde das hier erstmal zerstören. Weil das Blöde ist, es kommen jetzt immer mehr her und die müssen wir besiegen. Ich glaube, man kann ja nur vorne sein. Mal ausprobieren bei den nächsten. Aber ich denke mal, wir müssen die besiegen. Ja, los, komm. Greif die Hütte an, bevor dann wieder neue kommt. Und down! Yeah, geschafft! So muss das sein. Im Flammen. Alter, wie geil ist das denn? Ja, ne Statue haben wir jetzt bekommen. Oh, du hast das Braundorf zerstört. Dein Totem wächst. Okay. Ja, das ist ja so. Wenn man jetzt... Meere jetzt besiegt, wächst dieses Totem und... Ja, die Hütte wird auch anders. Aber so ne schöne Hütte hatte ich noch nie. Wahrscheinlich, weil ich so ein Aggressivos war. Na, Baby, was ihr gesehen habt, das war meine Kreatur. Oh. Ja, wir haben hier Platz. So. Können noch ein bisschen mehr Babys machen. Angreifen. Angreifen. Schneller. Wo sind die hier? Hier. Hier sind noch andere. Pinkdorf. Keine Ahnung, was das für hässliche Kreaturen sind. Dann haben wir hier noch... Cyan-Dorf. Und dann noch Grün-Dorf. Das sind meine... Das sind meine Kreaturen, die ich erschaffen hatte. Alter, die sind da. Die sind voll die aggressiven, starken Viecher. Aber vielleicht kann man die auch befreundet sein. Ich weiß es gar nicht. Kann ich noch ein Baby machen? Die kostet nur 10. Ja. Schön aufsammeln, dann kann ich hier weiter drum herum bauen. Aber es gibt ja noch mehr. Ich hab noch nicht so ganz alles... Ich hab zwar immer alles hingebaut, aber... Nur eins oder zwei Sachen benutzt. So, komm, du sammelst hier auch mal. Schön aufsammeln hier. Guck mal, zwei Babys. Kann ich noch eins? Nee, das sind die beiden jetzt. Dann kann ich ja auch was hinbauen, ne? Hier. Oh, hier. Das ist cool. Das stelle ich mir mal hin. Wir können uns auch mal ein bisschen verändern. Ich glaub, das geht auch, ne? Geht das? Wir machen das mal. Das hat aber mit der Nahrung nichts zu tun. Das hat ja hier mehr zu tun. Sozial 2. Ich hab noch nichts von Sozial, ne? Ein Hut. Ich weiß nicht. Ich hätte davon irgendwie nix. Sozial 3. So. So ist gut. Sammeln 5. Ah, so ein Ranzen ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann können wir mehr sammeln. Ja. Ich hänge mal hier hin. Gesundheit. Kampf und Gesundheit. Immer auf 1. Was ist das denn jetzt hier? Ah, das hat keine Bedeutung. Ja, gut. Kampf und Sozial 3. 2. Und 2. Zu teuer. Sozial, ja, ja. Und Sammeln 4. Was hab ich denn da für ein Sammeln jetzt? Sammeln 5. Ich glaube, das reicht so, ne? Kann ich die Farm ändern von diesem? Nee. Nee, wir bleiben so. Ich leb so. Doch viel süßer. Ja. So, ja. Genau. Können wir besser sammeln. Wir haben jetzt erstmal 14. Mal gucken, ob wir uns mit denen anfreunden können. Alter, die sind aggressiv. Alter, die sind sehr aggressiv. Alter, die sind sehr aggressiv. Aber vielleicht können wir uns mit dem Pinkdorf uns anfreunden. Mal schauen. Wer kommt? Sammelt mal alle auf. Wollt ihr mehr sammeln? Oh, wie süß. Ihr seid so süß. Tappi, 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 tappi. Die Tappen. Oh, wie süß. mit ihren Taschen da. Oh Gott, ist das nett, ne? Hast du gerade was gegessen? Flupp, flupp. Alter! Sieht irgendwie voll cool aus. Jetzt riecht ich nämlich noch und riecht nämlich noch. Oh, komm mal, das ist auch ganz schön. Du hast ein paar Gäste auch noch drauf. Essen, essen. Ich wusste gar nicht, dass man mit Essen jetzt hier so Dings bauen kann. Haha, kann ich jetzt noch was bauen, oder was? Ich baue mal das noch hin. Alles hinbauen. Was denn jetzt schon wieder? Haben wir jetzt angegriffen, oder was? Von wem? Oh, ich glaube, die Grünen kommen. Okay. Ich weiß aber nicht, von wo die kommen. Die müssen irgendwie von hier vorne kommen. Da sind sie ja. Das sind diese Viecher, die ich erstellt habe. Die sind wirklich aggressiv. Die habe ich so aggressiv gemacht, ich weiß auch nicht warum. Was kommt? Vernichtet die. Und dann müssen wir die killen. Was ist das? Die blöden Viecher. Das ist dann aber aggressiv. Hey, wie haben die Musik? So. Heize ich das? Achso, wir müssen reparieren, ne? Ach, egal, wir können das reparieren. Ey, guck mal, sind auch böse. Also, wir können nicht mit dem freundlich sein. Okay, wie viele haben wir noch? Drei. Okay, dann müssen wir die jetzt gleich besiegen. So, ihr sammelt jetzt den Rest hier ein. So. Dann geht ihr hier hin und macht die erstmal platt. Das geht ja nicht anders. So, ich bin ja hier vorne. Einer muss ja hierbleiben. Der repariert jetzt ja erstmal alles. Und so sammelt noch nebenbei noch was ein. Wenn die anderen hier kämpfen. Oh, der zerstört hier schon alles. Genau, kommt. Macht ihn fertig! Fertig! Alter, scheiße. Die anderen kommen gleich. Na, los, kommt. Besiegt die doch. So, kommt. Ihr zwei könnt ja schon mal anreifen. So, du greifst da auch an. Die Rösttüchen können da mal. Na, los, komm. Alles verstören. Jetzt erstmal hier zurück. Guck mal, komm. Du kannst hier tanzen. Yay! Ist das nicht süß? Oh Gott. Oh, ich liebe dieses Spiel so. Das ist süß. Oh, er freut sich. Ja, der liegt in den Kopf. Guck, guck. So, kannst hier noch weiter aufs. Ey! 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 So, was ist jetzt hier? Das kommt. Macht das mal schneller kaputt. Ja, geschafft! Jetzt haben wir wieder ein... Zweite... Jetzt haben wir ein... Totem noch dazu bekommen. Also noch ein zweites. Sehr genial. Und wir haben noch zwei Sachen freigeschaltet. Auch sehr gut. Ja, der zweite Tode. Ein grünes. Yo! Noch eins und dann sind wir wieder weiter. Aber... Und das, meine lieben Freunde... Werden wir in der nächsten Folge erfahren. Aber das werde ich noch... Na, komm, killt die doch! Oh, scheiße. Das muss aber... Ah, toll. Schön. Die blöden Viecher. Na gut, meine Lieben. Ich beende die Folge für heute. Und wir sehen uns das nächste Mal... Mit Spor. Ciao! Ciao! Ciao!